Das ist ein gemütlicher Aufstieg jetzt zum Gipfel. Meinst du die Reine, die man hier sieht? Ja, jetzt müssen wir schauen, was es hier ist und was es aussieht, ob das Portal verfahren ist. Sonst ist er nachher, da wir auflaufen, noch wunderbar zu fahren. Ist schon irrsinnig. Letztes Mal sind wir hier gefahren. Der Wolf und ich sind bei der Hütte raus oben, quer am Hang und hier der Hang angefahren. Oder noch weiter raus, so sind wir auch schon brutal. Sesli, hast du reingelegt oder aus? Jetzt probierst du anstürzenden Hinterberg. In einer halb-stündigen Flachen. In einer No-Phase. Zehensande Pulver. Auf einer schönen, harten Unterlage. Und es gibt eine geile Abfahrt. Jetzt vor dem Gipfel. Ein bisschen blöd zum Laufen. Ziemlich hart und noch parsante Schnee. Aber es geht gleich. Schöne Spitz kehren. Sesli, ein bisschen weiterlaufen. Zauberzote, wunderbar. Erfolge. Ja. Du, die Hasse, die so quer hin und her fahren, mal dort in mir etwas sagen. Und die, die gerade anfahren. Oh, bist du wahnsinnig oder wie? Ich habe einen Ski-Lachen geführt. Ja du. Scheiße. Aui Aui. Da, da, da. Ja Aui. Wir können Kurven machen. Leck mich auf den Schuh. Sie haben nicht gesagt, dass wir Ski-Lachen fahren bis jetzt. So, die kommt gleich. Sauber. Sauber. Sauber, Sauber. Es liegt, ja. Es hat kein Schluckzeuger-Liecht. Der Zoni probiert es nicht in Berendien drüber. Aber oben auch schon nicht. Ich in den Schnee. Ich auch nicht. Sehr gut. Sehr schön. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Weiter, weiter. Fauler Hund. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Ob ich geh, ja. Jetzt geht's schon. Ja. Du kannst gleich weiter an. Ja, ja. Mittelstück. Ja. Zwei, drei wunderbare Hänge haben wir noch. Genial, ne? Super. Das ist so geil, ne? Ja. Kannst du rechts halten? Gerade ein. Jetzt und rechts. Ja. Du kannst PJ. Dann gehen wir mir auf. so dem letzten hang wieder mal die ersten zwei spüren das ist einfach unglaublich fix und fertig legt mich im arsch, schnuffe wie ein alter Mann ja 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 frage mal wie total fix und fertig na na, unten, unten rasante Talabfahrt uah lass ihn laufen, lass ihn laufen, blieb nicht in der Spur heute habe ich mal keinen Wolfi vor mir, sondern der Zodi normal sind immer die Wolfi vor mir und all den Reib und um mit dem Säck ja haha schlecht gewächst haha geht schon schlecht gewächst haha jetzt wird er schnell zieh laut er füren, ich schaue auf die Schnorren ja man kommt auch heute wieder fast raus so und wieder ein Weizen verdient in dem Fall diese werden schon dreidun haben ok ok ein Park jetzt auf auf die die der ist eine die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017